Willkommen! Was Neues von Willi Schillig und zwar aus dem neuen Zitonit Programm. Die erste Bank, die wir bekommen haben. Modell 11730. Eine kleine Bank, die genau 2,77 Meter lang ist. Mit extremer Bequemlichkeit. Warum ist die Bank so bequem? Haha! Drei Kissen machen es möglich. Für groß und klein ist die Bank bequem. Wenn ich jetzt 2 Meter groß bin, habe ich ohne Kissen genug Platz. Und wenn ich 1,50 Meter groß bin, mit 2 Kissen genug Platz. Für alle dazwischen, ideal mit einem Kissen. Gut, nicht jeder hat einen Tisch mit 2,80 Meter. 2,60 Meter geht auch noch. Aber viele träumen davon. Und vielleicht werden Träume wahr. Ja, und Sie können auf der Bank auch noch andere Dinge machen. Nämlich... Ein Mittagsschlaf! Jawohl! Hinten voll durchgeledert. Auch von der Rückseite schön. Die Bank mit dem leicht blubuckierten Leder. Long Life Schutz Z72 neu. Tolle Sache. Eiche Füße in gekelkt weiß. Puh! Jetzt fällt mir nichts mehr ein. Ehrlich gesagt, habe ich mir überlegt, ob ich die Bank selber kaufe. Aber meine Frau sagt, bring mir nichts Neues mehr. Du bringst zu viel. Deshalb können Sie jetzt zuschnappen. Der Erste gewinnt. Dankeschön. Schönen Nachmittag. Und Tschüss. thosekich- Wings. Vielen Dank.